Okay, das heißt, durch unsere Absicht, ob wir drei sind oder 300, und wir die Medien neu öffnen und neu gestalten und jetzt fühlen, dass sich diese Brücke bildet zwischen die des guten Willens in Amerika und die des guten Willens in Deutschland, dass sich dann jeder, dass es geschieht und dass jeder es spürt, dass jeder sich gestärkt fühlt und dass es nach drei, vier Tagen schon Resultate gibt. Das war immer meine Erfahrung. Und wie gesagt, wir sind nicht gewohnt, wir folgen alles, jeder gibt seinen Senf dazu, aber wir sind nicht in die Schöpferkraft gekommen und machen wirklich echte neue Medien, indem wir eben zum Beispiel im Äther, in den Magnetwellen, in alle Wellen, die die Erde ausmachen, bewusst diese Informationen aussenden. Wir wissen, dass negative Energien, da wo ein Krieg ist, fühlt man sich nicht gut, das spürt man in der Luft, das heißt, negative Energien machen wir, aber kreative, gemeinsame, positive Energien ist uns noch nicht bewusst, ist unsere Macht uns noch nicht bewusst. Und das ist die Einladung, dass das innere Internet eingeschaltet wird und dass wir lernen, was Internet wirklich ist. Das ist unsere Verbindung und wir fühlen und wir verändern und wir gestalten, wir gestalten das Meer neu, wir geben der Atlantik neue Informationen und dann geschieht es. Egal wie viele Milliarden investiert werden, für die Hub oder für all diese Anlagen, das, was das Bewusstsein entscheidet, hat immer den Vorrang. Egal wie viel Geld für die Presse die haben in Amerika, das Bewusstsein ist immer stärker. Und wenn uns das klar wird, dass wir auf dieser Ebene etwas verändern können, dann haben wir das eigentliche, echte Internet. Okay, für alle, die dazu gekommen sind, aktiv haben wir gesehen, wir haben gestärkt die amerikanische Seele von allen Menschen des guten Willen, damit die Kinder wieder nach Hause gehen, damit die Kinder wieder nach Hause gehen und für das Glück des Landes sorgen. Ehrlich und wir haben gesehen, dass die Beschützerin von Amerika, Pallas Athene, Freiheitsstatue, hat sich zurückgezogen und pulverisiert in die Herzen oder in die Wesen der Menschen des guten Willen. Wir haben eine Brücke gebaut, jetzt nach Deutschland, damit dieser Informationsaustausch geschieht zwischen, damit wir uns auch unterstützen, die Menschen des guten Willen, die Kreativen, die Schöpfer, die Liebenden von Amerika und die Liebenden von Deutschland. So, jetzt würde ich gehen, wenn du Impulse hast, sehr, sehr, sehr gerne. Ich würde jetzt in den Atlantik gehen, was können wir für den Atlantik machen? Das heißt, Wasser ist immer das weibliche Element, Wasser ist viel wichtiger, was zwischen Amerika und Europa ist. Es ist viel wichtiger, das Wasser, als Amerika und Europa. Warum? Wasser ist natürlich in diesem Sinne das weibliche Element. Und wir können das Wasser, den Atlantik, so programmieren. Und dazu lade ich jetzt dich ein, wir programmieren jetzt den Atlantik, dass alle diese negativen Informationen vom Krieg, Manipulation, Zerstörung, dass der Atlantik sie nicht mehr speichert und löscht und neutral wird sich entspannt, so, dass wenn diese negativen Informationen nicht mehr durch den Atlantik übertragen werden, dass das eine Auswirkung hat. So, ich lade euch ein, den Atlantik, natürlich, wenn du Impulse hast, gerne auch den Atlantik, das Wasser, den Atlantik, die Zellen, die Moleküle, so zu programmieren, dass die neutral werden, dass die sich entspannen und dass, ja, und dass einfach alle diese Kriegsinformationen löschen, dass alle diese Gewaltinformationen löschen, diese Erdölkatastrophe löschen, das Wasser der Atlantik, lade ich ein, wieder neutral zu werden. Neutral zu werden, bedeutet, dass sie auch, äh, der Geoengineering, weniger Resonanz, weniger anfällig ist, weniger manipulierbar ist. Das hat eine Auswirkung, wenn wir das so tun. Okay, gut, das heißt, ich lade ein, wer möchte, oder später, wenn das in YouTube sieht, jetzt Impulse zu geben, wir können das, bewusst sein, ist das, was die Welt regiert. Punkt. Egal, was die Menschen tun, was sie tanken, welche Waffen, welche Sachen sie einfach auch da rummachen. So, ich lade dich ein, jetzt, wenn das für dich okay ist, den Atlantik in die Neutralität zu programmieren und alle Kriegsinformationen, negative Informationen zu löschen, zu reinigen, zu heilen, damit der Atlantik wieder eine neutrale Zone wird, die diese, die nicht mehr Internet ist, sozusagen Überträger von negativen Informationen. Wenn diese negativen Informationen gelöscht sind, dann werden diese Manipulations- und Kriegshandlungen irgendwie schwächer, die werden weniger ankommen, die werden entspannter sein, die irgendwie, die Drohungen, werden verschwinden, oder werden weniger gehört, werden weniger ankommen. So, das heißt, den Impuls mit deiner Hilfe, wenn das ein Mensch macht, zwei, drei, zehn, auch wenn du das danach siehst, bitte wirke auch mit, gib deinen menschlichen Impuls und den Atlantik-Ozean, was Europa und Amerika verbindet, was eigentlich das weibliche Prinzip ist, in die Neutralität einzuladen und das wird eine Auswirkung haben, so dass beide Länder werden weniger verbunden sein, sich weniger verbinden können, weil die Neutralität erlaubt immer die Stärkung der Nationalidentitäten, der Wesenheiten, des Wesentlichen, von das, was ist. Und in der Neutralität werden natürlich echte, authentische Informationen leichter zu übertragen sein, als wenn, weil die Negative somit ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, inwieweit das wirkt, oder beziehungsweise ich weiß es schon, aber es ist mir egal, ob es stimmt oder nicht stimmt, ich weiß, dass jeder negative Impuls kommt und jeder positive auch, wenn man das positiv und negativ nennen kann. Okay, ich klicke jetzt mit, mit der Luft können wir nicht viel machen, im Moment. Und ja, und dann hätte ich gerne eine Resonanz, wenn es geht, wie sich das für euch gefühlt hat. Ob ihr etwas wahrgenommen habt, ob das schon geschehen ist. Also ich wundere mich immer, ich vergesse das auch immer, wir haben in Teneriffa viele Sachen gemacht. Diese Geoengineering, das Wetter ist auch Bewusstsein, ist auch Erde, richtet sich nach uns. Und wir sind eigentlich die Ingenieure des Wetter und Ingenieure des Wasser, der Luft, weil wir ein Teil davon sind. Wir sind Luft, wir sind Wasser, wir sind Erde und wenn wir wussten, was alles möglich ist, dann wären hier nicht so wenig Leute. In den Livestream würden wir viel Spaß miteinander haben und viel mehr täglich oder regelmäßig gestalten. Ihr seht im Moment, das sind wenig Leute, die auf Sendung gehen. Das akzeptiere ich. Und für mich ist das die Schule, da wir uns nicht treffen können, keine Universität haben, machen wir das so, kostet nichts. Und aus der Ferne lernen wir mehr, manchmal, wenn wir uns treffen würden, weil bekommt man mehr die Essenz des Anderen mit. Und ja, habt ihr was wahrgenommen, habt ihr was zu sagen, habt ihr, diese Monologe sind einfach nur für mich der Beginn von Gemeinsamen, also ich beginne immer, ich sage immer, dass wenn wir nicht zu viel methodische Sachen machen und konzentrieren, dass wir in der Lage sind, die Ozeane, die Luft, alles zu verändern, was wir mit den Chemtrails auch machen, wir können das besser, wir können die Luft hier und da, Stadt für Stadt, wir können damit spielen. Und wir können das verändern, wir können das transformieren, wir können das aufladen, nicht nur Emoto, wenn man Liebe auf ein Wasserglas schreibt. Aber das Problem ist, dass jeder das ein bisschen individuell liest, ja, ist richtig, ja, ist okay, aber reelle Sachen wollen in einem Feld gemacht werden. Die funktionieren nicht, wenn das ein Mensch macht. Und zwar ein Feld, wo jeder Meister seiner selbst ist, ein Feld, wo es klar ist, dass es eine Sphäre ist, wo nicht dirigiert wird, wo es unschuldig ist, wo Innocence da ist. Dann gilt das der Spruch, wo zwei, drei, zehn sich in meinem Namen treffen, in seinem Namen, da bin ich und da ist die Realität. Ja, wie findet ihr das? Ich kann gerne jemanden auch über Skype dazu schalten. Kannst du gerne was dazu sagen? Ich bin jetzt ein bisschen still. Mal gucken, was passiert, wenn ich still bin. Aha, wow, schön. Oregano, Oregano ist toll. Ich will das Oregano aus Apulien. Es ist ganz anders als das, was man kauft. Ich möchte einen neuen Shop machen, wo alle diese authentischen Produkte, die die noch schmecken, zusammenkommen. Nicht nur Bierhäuser. Ich habe gespürt, dass man sich von Trauma selber reinigen muss, um den Atlantik von diesen Informationen zu reinigen. Vielen Dank. Hast du nicht das Gefühl, dass wenn man das für den Atlantik macht, dass man sich auch selbst reinigt? Oder durch das Reinigen, manchmal brauchen wir einen Spiegel, wird uns bewusst, aber mal gucken, interessant. Da war ich nicht drauf gekommen. Trie, mich erinnert, dass an die Gespräche mit Seth von Jane Roberts. Seth sagt hier zum Beispiel, dass die Emotionen der Menschen das Wetter beeinflussen. Ja, wie gesagt, in Teneriff hatte ich so diese tolle Seminare, waren oft 40, 60 Leute. Das waren gemischt, deutsch, spanisch. Das waren mächtige Gruppen da, immer wenn wir da waren. Durch die Themen, die wir behandelt haben, hat sich das Vulkan gereinigt, ist ausgebrochen. Es sind plötzlich Stürme entstanden, die Regen und alles, was, also die Erfahrung habe ich einfach oft gemacht. In Italien hatten wir, das war auch nicht, wir haben für die Heilung für die Frauen gemacht und plötzlich kamen Regengüsse, die nicht angesagt waren, richtig Überschwemmungen kamen, dass ich fast nicht nach Hause fahren konnte, nach dieser Veranstaltung, was wir da gemacht haben. Ja, aber eben, fühlst du dich, fühlst du, dass du das kannst? Spürst du, wenn du jetzt, es geht nicht nur intellektuell, wenn du dein Glas Wasser eine Energie gibst, das machst du individuell. Hast du das Gefühl, dass wenn wir das zusammen machen, dass da etwas anderes geschieht? Wenn wir an einem See programmieren, gemeinsam aus dieser Bewusstseinsebene, nicht aus der Ego-Ebene, nicht aus der individuellen Ebene, sondern eine klare, gesunde Sphäre, ich nenne es Organismus, eine organismische Intelligenz, eine Gruppe von Menschen, wo jeder Meister seiner selbst ist, wo jeder bei sich ist, wo jeder in dieser Absicht da ist, es zu tun. Also meine Erfahrung ist, dass wenn man diese Sache tut, dass es immer selbstreinigend sind, dass es immer etwas mit dir verursacht, mit dir geschieht, dadurch, dass du eine Gemeinschaftsaufgabe, eine Aufgabe für die Gemeinschaft übernimmst. Ja, das wäre schön, wenn das möglich wäre, wenn man den Atlantik reinigt, der sich dann auch das eigene reinigt. Dankeschön. Ja, also mein Gefühl, das ist meine Erfahrung, vielleicht spürt ihr, dass da was passiert ist. Es ist was passiert. So, mein Gefühl ist in Atlantik, es ist immer auf irgendeiner Ebene. Die Impulse, die du auf Bewusstseinsebene gibst, kommen immer an. Also ich finde, dass es jetzt ein bisschen eine Trennung stattgefunden hat, dass die Müllberge, die Plastikmüllberge oder alles, was sich ein bisschen vom Wasser getrennt haben und das heißt, das Wasser hat sich gesammelt, hat sich vom Müll getrennt, hat sich zurückgezogen in sich und das ist der erste Schritt, was der Atlantik macht, um in diese Stille zu kommen. Und ich glaube schon, dass die nächsten Tage bitte beobachtet das, dass da vielleicht in den Nachrichten etwas geschehen wird, dass irgendetwas unterbrochen wird in die Kommunikation zwischen den Dämonen von da und die Dämonen von da unterbrochen wird. Das glaube ich schon. Das heißt, ist für mich schon etwas geschehen und wenn wir wussten, dass wir diese Möglichkeit haben, also immer, wenn wir das gemacht haben in den letzten 20 Jahren, ist immer etwas geschehen. Nur ich finde selten Leute, die sagen, ja so ist es oder die sagen, ja machen wir, wir machen das. Weil jeder ist oft immer gefangen mit eigenen individuellen Problemen und wenn man aber diesen Sprung macht, sagt, okay, wir gemeinsam, wir reinigen das hier. Wir haben viel für Leipzig gemacht, ich wohne jetzt hier in Leipzig, für einige Städte, das hat schon eine Auswirkung gehabt. Als wir für Freiburg und für die Echsenverbrennung in Freiburg gemacht haben, zwei Jahre später waren, was weiß ich, die Grünen, drei Jahre später 70 Prozent, die sind einfach, ist eine Explosion gekommen, in dem Moment, wo man diese Reinigung gemacht hat. Wir haben das in viele Städte, aber eben, dann geht es immer alles zurück, schließt sich das alles und die Leute gehen wieder auf diese individuelle Käfige, was auch okay ist, ich mache das auch, ist kein Urteil, aber ich mache weiter, ich lade weiterhin ein, ist mein Auftrag, ich werde nicht aufhören, dass du, du und du auf Sendung geht, dass ihr euch zeigt, dass ich möchte, dass viele Leute, unbekannte, normale Leute, sich öffnen und ihre Botschaften senden und dann gemeinsam zu spüren, was man gemeinsam kreieren kann. Das ist der Sinn für die Donnerstage, das machen wir einmal im Monat mit der Akademie Intuitive Wissenschaftler und ja, und das ist eigentlich auch heute, aber eben, Ronald ist heute nicht da, ich habe schon für ihn auch gesprochen, dann wollen wir über dieses Thema die Heidemarie in 20 Minuten hören und um 21 Uhr ich bin gebeten worden von Thailand, von der thailändischen buddhistischen Organisation einen Film zu zeigen, wo ich hätte auch mitwirken können, nur ich habe es nicht geschafft dahin zu fliegen und dann werden wir die diejenige Obasika Elzabeth Maura interviewen, was da in Thailand, das sind diese Stellen, wo ich glaube 100.000, eine Million Kinder gemeinsam meditieren, wo diese Tempel sind, ich finde, dass wir alle diese Kulturen unterstützen können, wo plötzlich eine neue Meditation durch den großen Meister, der natürlich am Buddha verbunden ist, wieder entdeckt hat und das Wirken, diese neu entdeckte Meditation ist, die 2000 Jahre alt ist, ist wirkungsvoll und wir unterstützen natürlich alles. Okay, ja, dann Dankeschön, ich lade natürlich ein, wenn ich weiß, dass ihr wollt, so kreative Arbeit, wo wir gemeinsam einmal eine Stadt, einmal das Wasser, einmal die Luft, hier, am besten lokal, damit wir Resonanz bekommen und sehen können, wie das wirkt. So, wir machen das neue, eben zum Beispiel, das bewusste, das echte Geoengineering. Dankeschön, in 20 Minuten geht es weiter mit Heidemarie Sasse. und dann